Yoga Patasana, auch genannt, Patasukhasana, ist die kreuzbeinige Stellung mit einem Gurt oder auch mit einem Tuch. Yoga Patasana war im alten Indien eine Alternative der Sitzhaltung für Menschen, die nicht in einer kreuzbeinigen Sitzung sitzen konnten. Heute wird man relativ häufig auf einen Stuhl ausweichen. Auch indische Ashrams haben heutzutage Stühle, auf denen die Menschen sitzen. Aber Yoga Patasana kann dir helfen, schön und bequem zu sitzen. Du kreuzt deine Beine und gibst einen Gurt um die Knie und um den unteren oberen Rücken, also mittleren Rücken. Und so sind die Knie gestützt, so tun die Knie nicht weh. Die Knie werden von der Schwerkraft nach unten gedrückt und das rechte die Wirbelsäule auf. Yoga Patasana ist eine schöne Meditationshaltung, wo du aufrecht sein kannst, ohne deshalb einen Stuhl zu brauchen. Die Hände kannst du übrigens, wie auch in den sonstigen Meditationshaltungen, falten in den Schoß oder auch die Hände auf die Knie legen und dabei Jinn-Mutra üben oder andere Hand-Mutras. Heutzutage nehmen wir ja häufig Kissen, kaum zu glauben, aber im alten Indien waren Kissen nur etwas, was Könige hatten. Der typische Yogi hatte keine Kissen. Heutzutage geben viele Menschen bei Yoga Vidya zum Beispiel, die in kreuzbeinigen Stellung Schwierigkeiten haben, Kissen unter die Knie. Und damit erreichst du etwas Ähnliches wie mit dem Gurt. Mit einem Gurt oder mit einem Tuch kannst du aber auch die Knie stützen und auch den Rücken. Ja, wenn es dir gefallen hat, klick mal auf Daumen hoch und erprobiere auch mal das mit einem Gurt oder mit einem Tuch. Es geht übrigens auch ein Sweatshirt, wo du die Ärmel verknotest. Und dann schreib mal in die Kommentare, wie dir diese Stellung tut. Danke an Samuel fürs Vormachen. Danke an Durgadas für die Kamera. Mein Name ist Sukadev. Wir sind von www.yoga-vidya.de